Ist ja gemein. Oh! Da muss es sich erst aufladen. Hm. Okay. Oh, was? So. Geht ja wohl doch. Was ist das denn? Hä? Oh, sag mir nicht, dass das mit Zeit ist. Ach. Es ist mit Zeit. Pfff. Nun. Wie soll ich denn? Wie? Ich komme da doch nie im Leben wieder hoch. Ich komme ja so alleine schon hier nicht mehr hoch. Äh, Hilfe? Äh, Hilfe? Äh. Aha. Aha! Okay. Nun. Oh, da! Okay. Ähm. Toll, was bringt mir das dann? Ähm. Gut. Wir wissen wenigstens, wo wir hin müssen. Kann ich ja auch nicht von allem behaupten. Sieht schon cool aus. Muss ich ja dazu sagen. Und so lernen wir wenigstens, wie wir ein bisschen die... Die... Oh, verdammt. Ja, okay. Nö, das machen wir nochmal. Also ich meine, ich werde sowieso schon wahrscheinlich viel Zeit verschwenden. Aber das muss dann auch wieder nicht sein. Ja, fast. Wirklich? Muss ich näher dranbleiben? Ich glaube, ich drücke zuerst den falschen Knopf. Aha. So. Okay. Erst rechts, dann links. Ich habe gesagt, er ist rechts und links. Ich werde zu nervös bei dem Mist. Dann muss ich hier sofort weiterlaufen. Ja. No, sag mir nicht. okay muss immer ein bisschen stoppen ach so gut haben wir das auch wieder gelernt ja ich habe vergessen dass ich springen es lief sogar schlechter als vorhin ich muss ich auch gar nicht so hoch laut so Oh Knapp! Ganz, ganz knapper Mist Wäre ich da nicht nochmal gesprungen? Wertvolle Zeit verschenkt Ganz wertvolle Zeit Das ist aber auch immer Achso ich kann mich nicht Verwandeln hier Dann unterm Wasser fallen Soll ich das vielleicht nicht machen Das ist auch Das gibt's ja wohl nicht Ich war in der Wand drin Ich war in der Wand drin Wenn das jetzt aber nicht nochmal klappt Dann werde ich aber Das klappt ja schon recht gut Würde ich jetzt mal behaupten So in meinem jugendlichen Leichtsinn Das ist Nein Nein Da machen wir schon gar nicht Erst weiter Wenn ich den Sprung nicht Schon nicht hin bekomme Dann brauche ich gar nicht erst weitermachen Ja ja ich weiß was Langeweile Spiel mal ein bisschen mit deiner Luftdacken Mach das mal Mach das mal Ich finde das sehr schade Dass mein Wechseln halt auch so So einen dämlichen Knopf hat Oh Oh no Yes Aber jetzt Und das hat mir jetzt was gebracht Ich bin mir noch nicht sehr nur sicher Da oben Oh ja da war ja das Nun Ich bin mir nicht sicher wie ich das machen soll Aber es ist okay Ich glaube nämlich nicht dass ich schon da oben hin soll Weil sonst könnte ich ja Mich da hinstellen Aber das kann ich nicht Und ich kann mich nicht nochmal Da irgendwo festhalten Oder kann ich mich auf der anderen Seite Nee Nee so hoch kann ich nicht springen So dass ich erst nach oben und dann zur Seite Mh 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 Ja aber wie Wie komme ich denn dann hier runter? Ich muss ja irgendwie nach da oben kommen Also Ich Hä? Ich muss auf jeden Fall irgendwie nach oben kommen Fehlt mir dafür noch irgendwas? Wahrscheinlich Aber ich weiß nicht was Beziehungsweise ich wüsste nicht wie ich da oben hinkommen soll Nee, da springe ich ja sogar hier höher Nee, da springe ich ja sogar hier höher Keine Ahnung. Keinen blassen Schima.